Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finvax und meinem kleinen Konto. Ich habe am ersten Tag mit 1021 Euro angefangen. Inzwischen bin ich bei 4241,11 Euro. Im ersten Monat habe ich einen Gewinn von 2939,31 Euro erzielt. Meine Einstiegsstufen sind 40, 100, 250 und so weiter. Als nächstes suche ich mir einen passenden Trade in Metatrader 5 nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung der Tagesnews und meiner Indikatoren. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Perfekt. Das ist ein Tagesgewinn von 219 Euro. Das war's für heute. Das war's für heute.